Geht doch. So sähe ich das gerne. Ah, knapp für Lv24 Eine ordentliche Spirale hätten sie auch anders bauen können Trophäen im Sonderverkauf Kugel Schmerz! Ja gut, ich merke, der wird schon wirklich höher. Und ja, ich werde nicht so oft ab. Merkt man vielleicht. Ja, die Klappe, ich weiß, wie es lang geht. Oh, nur wird es sein. Die Larkosariten sind so ein kleines bisschen penetrant. Die einen da schickt. Geht doch. Nur nicht zu voreilig Handeln. Oh. Ich fand irgendwas auf hier 99. Ah. So. Duh. 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 Ich bin echt nicht allein. So down. Sollte ich eigentlich oben landen? Naja. Sie werden nicht erwartet. Warte mal, das ist alles, was ich davon ausmache? Ja, und XP. Hat sich ja fast schon wieder gelohnt. Wäre egal, Arena. Ich muss in der Arena kämpfen, um mich zu erreichen. Das ist so. Man sieht. Ich bin ganz zu hoch. ich weiß nicht was Limitkampf heißt es genau Lola Katsky ein so so Schuss Man sieht eben so aus, jetzt hätte er den schon eingesetzt gehabt. Und damit ist er auch tot, ein bisschen besiegt, tot kann man ja ansehen, vor allem nicht wirklich sagen. Hm. Gibt es irgendwo noch mehr Punkte? Nö. Hm. Halt den auf die Fresse geben. Hm. 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 Nix wird hier geben, weil da keine Skills sind in meiner Aufsicht Ich weiß nicht, falls es keine vom Anführer wäre Ah, ist schon tot Ich komme unerwartet, ich habe mehr erwartet Äh, Mensch ist das ja so lange dauern muss, äh Muss ich mich jetzt echt nach oben vögeln, ja? Herrgottchen Das Team darf uns aber auch stellen, weil sie ein bisschen lächerlich Pogersword Das ist einfach alles erwartet, würde ich sagen. Alter, was soll ich denn da hochkommen, Winsch? Hm, weiß gleich, ich muss hier was in die Top 8 oder so. Das wird ja nicht mehr so schwer werden. Mal gucken, ob ich für den noch eine Ausrüstung habe. Aha, Entschuldigung habe ich noch. Nicht. Vielleicht irgendwas Defangives. Jawohl. Bei mir? Ja, auf Garantie. Das kann ich dir eigentlich nicht einfach. Ach ja, weil ja nichts nur dran ist. Gut, war's schon. Gut, war's schon. Gut, war's schon. Ich habe schon eine Rezimmer, schon eine Rezimmer, die Gifte blablabla 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 blablab. Ich habe immer wieder einen Kontakt mit Schlaf. Ich habe immer wieder einen Kontakt mit Schlaf. Schlafkontakt ist immer gut. Das war's für heute. Das war's für heute.